Brenn einfach, brenn! Oh, da kommen die beiden Bêtes erst wieder. Jetzt kann ich euch ein Fight nochmal zeigen hier. So. Sorry, ich musste gerade meine Mutter umbringen, weil sie hätte fast mein Upload abgebrochen. Wir wollen nur die Exploration geglaubt! So. Ähm. Tja, Mainz. Brenn einfach, brenn! Oh, da kommen die beiden Bêtes wieder. Jetzt kann ich euch ein Fight nochmal zeigen hier. Genau, ich habe durchschlagende Munition, wollte ich sagen. Ah! Und da kann ich hier einen abballern und treffe vielleicht beide. Wenn das Naifa geht mir jetzt zu langsam, ich möge einen Taliban-Revolver hier. Wow! Jooo! Lach mal doch gar noch! Jooo! Voll verreckt! Alter! Ooooo! Ne, Hotloader mit nem Feuerwaffe anzugreifen ist nicht sehr sinnvoll. Das ist sinnvoll! Wow! 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 50 HP, wow! Was geht da ab?! Scheiße! Jetzt hätte ich mich fast selber umgebracht! Seit wann explodiert der denn beim, beim, äh, Sterben? Ah, scheiß Geld. Braucht keiner. So. Okay, do they. Alle Gegner tot. Aha! Aha! Durch Zufall den richtigen Weg gefunden, würde ich mal sagen. Ja. Das nämlich... Luck-Skill. Möh. Möh. BAM! Ich bin nicht verfallen. Ach so! Ja, One Hit. One Hit! Deswegen mach ich Sniper. Okay, da kommt gleich wahrscheinlich irgendein Spaß draus. War mir klar. Wer sagt, Feuer ist nicht effektiv gegen Schild, ganz ehrlich. Wasn't me. Gib mir Muni, Manu. Wer benutzt schon Shotgun? Das ist doch voll uneffektiv alles. Gibt's da auch eine Kiste oder wie, oder was? Oh, wäre jetzt epic gewesen. Epic. Wenn da jetzt eine Kiste gewesen wäre. Ja, Sniper-Muni. Okay. XP-Loader. Dann nehmen wir doch gleich mal wieder unseren Taliban-Revolver. Oh mein Gott. Pass auf, gleich ist Feierabend. Feierabend. Scheiße, jetzt haben wir unsere Sniper-Muni. Alles, was wir verbraucht. Wo ist Rotter? So. Die ist reloaded. Jawohl. Das ist schon klar, Alter. Der Constructor hier. Alter. Ich kann nichts sehen. Das war laut. Lauter Abgang. Ja. Okay, das sollte ich nicht machen. Ja, Double Kill. Mit einem Hit. Das ist geil an diesem durchschlagenden Munitions-Skill. Taliban, aktivieren. Er hat ja gar keinen Korrosionsschaden gekriegt. Hm. Ja, aktivier Kampfmodus. Ja, steckt euch gegenseitig mit Säure an. So funktioniert's. Wie viele wollen noch kommen? Ja, die nehmen wir mit. Ah, hier kamen die raus. Und da. Okay. Gib mir Muni. Jawohl. 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 So. Wo ich finde jetzt Echo? Da drin. Ja, nee. Ey. Jetzt müssen wir nach dem Kabel gucken. Kabel ist da oben. Das heißt, wir machen kaputt das, dann ist hier Strom aus. Strom aus. So. Bluburnen nicht funktionieren ohne Strom. Ich bin auf Legenden über einen alten Alienkrieger gestoßen. Sie erzählen von einem magischen Schlüssel, der ihn wieder zum Leben erwecken kann. Wenn meine Vermutungen, wie üblich, richtig sind, ist womöglich von Karma Schlüssel die Rede. Sagte mir ein junger Mann beim Einkaufen, ich sei hübsch. Meine Reaktion fiel überraschend verhalten aus. Ich verbrachte lediglich drei Stunden würgend über einem Eimer. Nur. Alter, ich habe mindestens vier Stunden. Ja, egal. Karre, wir brauchen unsere Karre. Auch wenn wir jetzt in die Fallschicht und rennen, wir müssen da eh, äh, dahin. Da laufe ich jetzt nicht den ganzen Weg hin. Oh, habe ich Glück gehabt. Ich habe eine ganze Weile nicht auf die Zeit geachtet. Es geht aber noch. Auf den, ey, hä, wieso rutsche ich denn da drüber? Ich bin gerade nicht gegangen. Ich schwöre. Au. So. Wo müssen wir jetzt lang, ist die Frage. Also einmal hier rum und dann da ganz oben hin. Wir fahren einfach eine Abkürzung. Ich sage, ein Offroad-Fahrzeug hier. Du musst doch mal was tun für dein Geld. Rum, rum. Yay. Wow. Juhu. Bam. Yo. Alles klar. Nitro. Nitro. Volle Kanne. Also müssen wir da auch noch mal uns durchmetzeln. Was willst du überhaupt? Au. Einmal ordentlich den Weg verschwinden. Was war? Da. Nein, 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 nein. Aussteigen bitte. Nein, ich will nur nachladen. Mein Brummbrumm ist hängen geblieben. So. So. Der erste Schuss aus dem Magazin macht nämlich extra Schaden. Habe ich so geskillt. Weil ich bin sowieso einer, der relativ häufig nachlädt. Höhöhöhöh, verarscht, ich bin hinterm Haus. So, wenn da jetzt. Das sollte man immer zerstören, die Kackehaufen. Kiste, bitte, Kiste. Oh. So. Haben wir voll. Jawohl. Ja, was geht da ab? Gunlorder. Talion aktivieren. Verarschen. Ich hasse diese Viecher, wie gesagt. Lass mich doch mal bitte in Ruhe. Oh my God. Die nehmen wir auch mal mit. Wie, 100? Ah ne, die hat meine hat mehr. Die hat irgendwas mit 200. Sag mir nicht, wir müssen jetzt in so einen Raum rein. Au. Nein, ich will da nicht ins Wasser. Jo. Okay. Seiltanzen aktivieren. Ja, am Rand der... Da war der Rand der Welt, oder wie, oder was? Die... Die Armen. Hä, wäre ich da weitergegangen, dann wäre ich ja gestorben. Ah, BDS Pyro. Er nickte und wischte, sich schwang und meine Schmucke aus dem Gesicht. Ich war völlig verwirrt, weil er mein Verhalten nicht ekelhaft fand. Aber auch, weil ich ihn nicht ekelhaft fand. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, als könnte ich tatsächlich ein Sektorin sein. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl... Du kannst uns gar nichts. Gott. Au, rennen. Ey, komm wieder her. Du brauchst noch einen Schuss. Mordiworn. Du nicht, Freundchen. Du nicht. Wow. Was hat der gedroppt? Geld. Wir schwimmen in Geld. Kapitel 1. Heute habe ich einen Stalker derart eine gesettelt, dass ich sein Irrstes nach außen kehrte. Ende von Kapitel 1. Das ist bekannt, dass Stalker Echo Recorder lecker finden. Vermutlich findest du den Rest von Taggerts Kapiteln in den Dunghaufen der Stalker. Aha. Wow, wow, wow. Eine Slack-Sniper. Die ist aber nicht so überragend. Treasure. Grumloch. Ganz, ganz gefährlich. Lass mich in Ruhe. So, wo müssen wir jetzt hin? Bitte du sagen, wohin. Wir müssen abliefern. Abliefern. Ah ja.